Herzlich Willkommen bei einer weiteren Folge von COD Mobile. Ja leider habe ich eben einen neuen Anfang, was ich mit aufnehme, deswegen habe ich jetzt leider die Waffe, die ich eben gerade gezogen habe, nicht mit einem Video. Ich kann euch mal zeigen welche ich eben gezogen habe, denn ich habe die Waffe mit Tarnung gerade gezogen, ja ein UC glaube ich ist das, keine Ahnung, ja wir haben jetzt 3000 dieser Quelle zählt insgesamt schon, ich glaube damit kann ich mir jetzt sogar schon eine Waffe kaufen, ja ich kann mir die AK-117, die AK-S-74U und Stryker holen, also den Skin, ich glaube hier kriege ich die Waffe plus den Skin, hier kriege ich auch beides und hier kriege ich nur den Skin, glaube ich, der hier sieht cool aus, oder? Komm ich nehme den hier, der sieht am besten aus, finde ich, der hat sogar eine Fähigkeit, Waffenabschlüsse beschleinigen, das Nachladen, ok, ja dann kaufen wir die mal, ja dann haben wir jetzt eine neue Waffe, das Design sieht ja auch ganz nice aus, und ich habe sogar die Waffe dazu bekommen, ok, also habe ich es doch noch nicht gehabt, Waffen-Tarnung, AK-S-74U ausrüsten, und hier zieht sie ja, glaube ich, jetzt extra Waffe, genau, visieren und dann tun wir die auch gleich mal benutzen, ausrüsten, verbessern, einfach die ganzen Karten, die ich habe, reinballern, und dann haben wir das schon mal auf Stufe 7, dann kann ich den schon mal ausbauen, so, Magazinerweiterung, das braucht ihr auf jeden Fall, Vollmannsegeschoss muss auch mit rein, und der Vorderkraft, den mache ich auch mit rein, gut, dann wollen wir doch gleich mal mit der Waffe, das Spiel, die ich gerade bekommen habe, wir machen nicht los, Mehrspieler-Modus, so, wir spielen wieder Ranglistenspiel, aber ich bin schon in Rang 4, in grün schnappel, wir wollen mal gucken, ob wir Rang 5 noch schaffen, jo, dann wollen wir doch gleich mal anfangen, zu spielen, Stand Off, Team Dead Match, okay, schiebe ich das mal hier, so, da, das ist am besten, genau, das ist am sinnvollsten, glaube ich, jo, das skin sieht doch relativ nice aus, wir haben auch hier eine Menge schon, ähm, Tänze, habe ich jetzt schon im Fall gescheitert, oder, also, wir können die, Faustballen, ich kann malen, ich kann malen, irgendwo habe ich doch hier auch was hin gemalt, da, boah, der hat sich gerade in die Erde gegritscht, jo, dann suchen wir mal den ersten Gegner, da hinten sind sie schon, und ich bin gerade durch eine Kanade gestorben, Sad Life, werfen wir direkt mal auch einer, Digger, warum wollte er jetzt nicht abschießen, so ein Kack, ey, und hinter uns ist jemand, Wesen, okay, die hat sich jetzt auch ausgelöscht, Mensch, lass doch mal auch was für mich da, ich will auch was töten, ich mach die alle kalt, oh, Kiste öffnen, die Küste gönne ich mir mal, ne Killerdrohne, nice, also der nächste Krieg gehört auf jeden Fall an mir, ist sogar ein Double-Klick geworden, Lel, ist ja Pech, wenn man Kuscheln geht, lass mal die anderen Gegner suchen, ich finde hier irgendwie gefühlt kein Schwein, oder Mensch, wie auch immer, hm, jetzt sind wir hier sogar schon zur fünfte, okay, jetzt sind einfach alle hier, soo, jetzt haben wir ihn ganz schön verkackt, jetzt stirb, dummets Schwein, bam, boah, was für ein Nepp, ich habe ihn doch schon so, boah, der hat drei auf einen Streich, läuft bei dem, so, das ist der nächste Gegner, und er ist schon tot, Digger, der staubt einfach mein Kill ab, und du stirb, ja, klar, er kommt mit einem Minigun, läuft bei dem, da hinten, da hinten, okay, ich kann ihn nicht mehr sehen, fail, ich glaube, das habe ich nicht so gut, aber trotzdem steht es 26,30, ich hoffe, wir machen noch die letzten Punkte, sonst haben wir verkackt, Schild 29,32, okay, Schild 31,33, okay, komm, ich spiele jetzt mit der Sensor, also, der Minigun, die heißt Sensor, Sensorpause für den Gegner, oder Sendepause? und ich wurde von der Killer Drohne erwischt, wow, traurig, Schild 35,36, komm, oh, jetzt habe ich ernsthaft, wieder in der Scheißgranate, gesessen, ey, Mensch, das regt auf, ey, ja, jetzt haben wir verloren, 37,39, ich wette, irgendjemand von unserem Team wird jetzt verrecken, ich würde ausrasten, wenn ich es bündle, ich finde hier einfach kein Gegner mehr, und ja, ja, die haben verloren, wir haben gewonnen, die Gegner, Schildo, 37,40 verkackt, mies, oh mein Gott, der wurde sogar noch gemessert, oh mein Gott, was für ein Nap, naja, erste Runde verkackt, passiert, wir werden jetzt noch eine zweite Runde spielen, und dann wird das Video auch wieder zu Ende sein, ich werde immer so entweder mal, was euch lieber ist, was euch lieber ist, könnt ihr mal in den Kommentaren schreiben, was euch lieber ist, soll ich Better Real Videos machen, oder, ähm, Mehrspieler Modis, mehrspieler tue ich halt dann immer, zwei Runden machen, Better Real halt nur ein, weil es halt so lange geht, ja, gut, ich habe 13 Kills, der zweitbeste, also hat 12 Kills, okay, so Ausrüstung, was ist denn da Neues, ah, die Baffer hat neue Merges bekommen, schnellere Magazin, das bräuchte ich aber nicht, gut, dann werden wir jetzt die nächste Runde Rangliste machen, komm, hier, ach so, das Geschwerte, okay, gut, dann, mal schauen, welche Mets wir diesmal spielen, und hoffentlich gewinnen wir diesmal Hijacket, ich glaube, das ist das, wo die, äh, Rennautos sind, ah ne, das ist dieses, dämliche Boot, ich mag dieses Boot nicht, ich habe auf dieser Map, glaube ich, noch nie gewonnen, naja, man kann es ja trotzdem versuchen, hoffentlich wird das was, Granat rein, Feuer, da ist gebumst, Digger, der mit den Sniper, die macht ja leider auf den Akkampf sowieso, One-Shot, aber jetzt kommen die auch noch von hinten, wow, es ist kein Schwein mehr da, wow, super, na gut, dann suchen wir mal die nächsten Personen, wo sind die denn alle, da hinten scheint jemand zu sein, es sind lauter Leichen, aber kein Gegner zu finden, wow, wow, jetzt mal stirbst, Digger, jetzt kommen die von hinten, ey, solche Schweine, wow, wow, wenigstens einer rutscht von den dreien, der rutscht da einfach mal so hier rein, läuft bei dem, ich folg dir einfach mal, erwischt, jetzt schlittern wir wieder hier hoch, so, 22,17, das könnte sogar für uns gut sein, dann würde ich das erst mal hier auf dieser Map gewinnen, lol, der Snipe von da hinten, oder er ist abk, oder was auch immer, so, dann gucken wir mal, wo die Gegner sind, ach, hier vorne ist ja sogar einer, lol, das läuft bei mir, bei dem meine ich, nicht bei mir, so, Killer Drohne in die Hand, und dort, dummisch Schwein, da hinten sind zwei, hallo aufstehen, so, gut, gut, läuft, jetzt mal gucken, ob wir hier noch ein paar Gegner finden, gekillt, jetzt habe ich verkackt, das war schlecht von mir gerade, direkt die Predator-Rakete nutzen, schade, 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 dass der Trainer Glück hatte, echt schade, wow, das war knapp, die Rakete noch gerade so ausweichen kann, vom Gegner, was, alle weg, digger, der will mir doch nicht sagen, dass er, alle gerade gekillt hat, in den blieben, wo? mal gucken... was holt ihr das, so? äh, 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 Hey, ich glaube das war sogar der letzte Kill gerade. Wir haben endlich gewonnen. Nice, und das ist auf dem Erbro ich noch nie gewonnen habe. Nein, er hat einfach nach mir noch einen Kill gekriegt. Unfair. Egal, wir haben gewonnen. Und dann auch noch mit Minigun. Ja, immer noch schnell die Stats angucken. Ich glaube ich bin nicht MVP. Dafür habe ich nicht gerade wirklich viele Kits gemacht. Ah, ich bin Platz 2. Ah, vier Punkte fehlen zu fangen, schade. Jo, gut. Ich habe zwölf Abschluss, er habe vierzehn, okay. Naja, das war's dann für das Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Jo, ich werde demnächst einfach einen Clan erstellen. Ich weiß noch nicht, wie ich ihn nennen soll. Wenn ich einen Namen habe, werde ich mir diesen Clan erstellen. Ihr habt halt eigentlich welche Ideen oder selber schon einen Clan, wo ich einfach reinjoin und dann, joa. Falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert uns. Ja, über ein Like würde ich mich echt freuen. Jo, ich werde jetzt auch endlich mal das Auto erstellen, wo ihr dann direkt hier schon dann abonnieren könnt, ganz einfach. Und das nächste Video starten könnt. Was halt gerade so das neueste Video entweder oder halt eins von dieser Playlist. Jo, bis zum nächsten Mal. Ciao. Jo, bis zum nächsten Mal.